Okay Google, wie spät ist es? Es ist 17.51 Uhr. Okay Google, habe ich heute Termine? Es gibt heute einen Eintrag. Du hast einen ganztägigen Termin mit dem Titel Martina Scheubecks Geburtstag. Okay Google, lauter. Okay, Lautstärke plus 10%. Okay Google, nächster Sender. Okay, der nächste bitte. Okay Google, leiser. Okay, Lautstärke minus 10%. Okay Google, herunterfahren. Dann schalten wir mal ab. Bis bald.